Sie werden immer stärker. Der nächste Angriff läuft. Die Möglichkeit. Tor! Tor! Rot! Rot ergibt Rot! Das darf doch nicht wahr sein! Vom grenzenlosen Jungen in die absolute Interpretation! Na bist du deppert? Ich hab auf mindestens eine rote Karte gewählt. Wetten Sie doch, was Sie wollen. Die nächste Runde geht auf mich. Admiralsportwetten. Wetten Sie gewinnen.